Ok Warte mal, ich stelle mal meine Sounds eben ein bisschen lauter, damit ich die Gast schön höre So, bin bereit Ok, los Ich geh nicht vor Hast du nicht Feuerschutz auf deinem irgendwas? Auf deiner Hose? Ja Ich hab Feuerschutz auf deiner Hose, wollen wir Hose tauschen? Ok Oh, Hosentausch, wie süß Ah, lecker Was hast du denn drauf? Fire Protection 2 Ich hab da noch nichts drauf Ah, du hast gar nichts drauf Das passt schon, ich geh jetzt gerne mal vor Ok, oh mein Gott Wett, der hasst mich Warte, warte, warte Ich will gucken, ob der mich passt Also mich hat er lieb Mich hat er auch lieb Okay, passt Wenn du ihn jetzt schlägst, ne? Nein, nein, nein Wieso bist du zu einer anderen Festung gegangen? Wollang? Ja, weil ich wusste, dass irgendwas passiert Dass du irgendeinen Blödsinn machst Und dann geht's auf einmal Ich verliere Herz Meine Musik ist gerade richtig dramatisch Es muss jetzt was passieren Hallo Leute, wir brauchen Gas Soll ich den Pikmin abschließen? Ich hab die Musik gerade bei mir ausgemacht Damit es dramatisch erwirbt Nein, lass den in Ruhe Du schiefst ihn nicht Dramatische Stille ist bei mir gerade bei Musik Bei mir leckt das gerade ein bisschen Ist halt neter Ja, ich dachte gerade Ich sollte über den Steinballons hier stehen Ihr könnt da der Randlistens ein bisschen runter stellen Am besten in Nader Weil das leckt sonst Ach Quatsch Bei mir ist noch alles flüssig Bei mir leckt es auch Aber ich war ja auch schon Boah, diese epische Musik gerade Das ist die selbe Festung, wo ich war Ja, nur viel weiter rechts So, hier kommen wir jetzt gleich zur Brücke Oh mein Gott, die, wo du so gebaut hast So mega Boah, ich bin mega am zittern, ne Ich auch Und die hast du gerade gebaut So, hier drüben sind Pigments Und da unten war irgendwo ein Blaze Geiler Brücke Warte Fetten, ihr habt mich Guck mal, wie ihr mich anguckt Boah, Alter Was das für ein Bass in seiner Stimme ist Voll ne Panik, Alter So, hier unten geht's in die Festung Boah, wie die Knurren Nice Cooler Eingang, ey Ich bin voll am fettern Okay Ladies and Gentlemen So, wer hat Fackeln? Ich nicht Gib mir mal bitte Fackeln Mensch Oh mein Gott Guck, guck, wir machen es so Wir setzen die Fackeln auf die rechte Seite Dann wissen wir nämlich, wenn die Fackeln links von uns sind Dann geht's nach draußen Okay? Auf die Rechte Okay An die rechte Wand immer Oh mein Gott, ich höre so blblblblah Weil ich mal mein Schwert equipment lasse Okay Ich achte immer auf den hinteren Weg Falls man irgendwie ein Garst vorhat Ahja Ich würd sagen, wir gehen zuerst dahin Leute, mir hat das Bild grad irgendwie so gewackelt Oder ich war es selber Gewackelt? Gewackelt Nee, nicht hoch gehen Um Das sind die Blazes, das sind die Blazes. Zurück, zurück, zurück. Ja. Da oben drinnen. Das Schleim. Unter der Decke direkt. Die wollen wir da ran. Perfekt. Das ist perfekt. Die da? Ich hör die. Ich hör die auch, die sind hier irgendwo in der Nähe. Ja. So in die Richtung gerade, ne? Ja genau. Da vorne ist auf jeden Fall was. Oh, da gehts runter. Da gehts runter auf so ne Festungsaal. Da gehts runter auf so ne Brücke. Die die Festungen immer haben. Oh, die sind hier in die Richtung, glaub ich, oder? Ich hör die die ganze Zeit auf dem linken Rohr. Warte mal. Wir gehen, wir gucken von unten. Oh, die sind direkt hier neben. Die sind hier direkt irgendwo so. Da sind die, da sind die. Zurück, zurück, zurück. Oh. Oh mein Gott. Der ist gerade vorbei. Weg. Weg. Oh mein Gott. Geht zur Seite, Alter. Der ist schon weggelaufen. Der ist schon hinter euch. Hab ihn. Oh. Vorsicht. Der ist tot. Hat nichts getroppt. Oh. Da vorne ist ein Spawner. Da vorne ist ein Blaze-Spawner. Da direkt vor uns. Ja. Ja. Ich hab ne Spitzsäcke. Nicht abbauen. Nicht abbauen. Wir brauchen den. Wir machen die Viecher kaputt. Ist das okay? Wir brauchen die Viecher. Wegen den Viechern sind wir hier. Mit den Fallen hier aufpassen. Wir sind nicht gegenseitig hinten. Ja, lass mich schießen. Ich hab den stärksten Bogen. Ich hab keinen Koppel dabei. Ich hab genauso stark. Power 2 hast du? Meiner ist genauso stark. Aber ich hab Fire Protection. Auf der Rüstung. Danke. Blues. Bei euch stehen wir so ein bisschen aus. Damit hier nichts spawnt hinter uns. So ne Scheiße. Sobald dein Viech kommt schießt. Du schießt rechts. Ich schießt rechts. Nein, nein. Schießt du nicht. Wir können es so lassen. Stimmt schon. Doch. Dann halten wir uns mal zurück. Da. Da ist einer. Hab ihn. Nice. Hat er einer? Hat er einer getroppt? Ganz schön. Und jetzt direkt wieder raus. Dreck wieder raus. Dreck wieder raus. Dreck wieder raus. Ich muss Pizza essen. Ist so spannend. Dann wird ein. Dann greift einer dich an. Weil die anderen beiden ausweichen. Der schießt genau zwischen uns durch. Genau. Ey, ich schieß in der Mitte ne. Ich steh bei euch in der Mitte. Nein, du schießt nicht in der Mitte. Du schießt nicht. Gut, ich schieß dann mal in die Wand. Wer hat er geschossen? Bei mir brennt die. Bei mir brennt jetzt die Decke. Wow. Wow. Kicken. Einer ist tot. Okay, einer ist tot. Zwei sind tot. Das ist noch einer. Das ist noch einer. Noch einer? Ja, es sind drei gespawnt. Hab ihn. Der da oben. Der da oben. Der da oben. Hier oben war noch zwei. Ah. Moment. Wie viele brauchen wir? Fünfzehn circa. Wär das optimal. Fünfzehn? Dann haben wir auf jeden Fall genug. Also ich würd auf jeden Fall mit zehn. Zehn Minimum, würd ich sagen. Solange wir hier einigermaßen safe. Das machen können, was wir grad hier echt können. Da ist noch einer. Der hat geschossen. Da ist noch einer gespawnt, rechts. Noch einer, ja. Das stimmt. Heilige Scheiße. Hast du jetzt probiert? Ja. Egal. Mistviecher. Ich will doch nur einsammeln. Scheiße. Tief. Ich krieg kein Damage. Ja, aber nur. Ich hab zwei. Feuerticks hab ich nicht abbekommen. So. Ich bin jetzt hier. Ich hab zwei herzen Damage bekommen. Als jemand noch spawned. Erst einer. Ich versuch da außen irgendwie hinzubekommen. und so dass ich von der Seite her einsammeln kann. Da sind wieder mehr. Der von oben, wo der eben war. Ja, ja, da geh ich hier grad. Was war's mit der Spitzhocke? Hab noch einer. Ich hab schon sechs Rods übrigens, ne? Und der Spitzhocke noch? Ich hab eine. Ah, nice. Ja, ich hab mich im Gangort zurück, weil wenn ihr da kämpft, noch ein Dritter wär nicht so gut. Also ich noch Schüsse abkrieg. Das ist nicht gut, dass ich Fire-Pfeile hab, weil jetzt brennen die Pfeile da so scheiße. Ja, die ziehen da nix ab. Dann kannst du irgendwie einsammeln, es passiert nix. Da ist einer. Da ist einer. Nice. Hab ihn gekillt. Soll ich's mal wenig gucken? Da ist wieder einer. Da ist einer bei mir. Woah, fuck. Woah, fuck. Ich hab den Leg. Ich brenne. Aber mir geht's gut. Ich mach jetzt den Spawner kaputt. Lol, Alter. Du musst mich verarschen. Hi, Digga. Wollte ich drauf gucken? Komm und zwilfe. Und den Spawner ab. Und den Spawner ab und es geht. Nice. Haben wir genug? Ja. Nice. Zehn hab ich. Wie viel glaubt ihr? Ich hab jetzt auch noch zwei eingesammelt. Dann ist es genug. 12. Warte, wir brauchen noch netter Watzen. Wir brauchen noch netter Watzen. Ja, netter Watzen brauchen wir noch. Wofür nimmt man die? Wofür nimmt man die? In so gewissen Räumen an der Festung? Einfach hier oben in der Festung. Das ist ein bisschen Glückssache. Aber ich hab nen Pilz. Waren wir hier links oben schon? Nein, ne? Nein. Wo? Ja, hier. Blaze! Ah! Mama! Boah, wir brauchen so ne Doppeltreppe. Nein, da gehen wir nicht hin. Doch, da oben gehts weiter. Da oben geht die Festung weiter. Aber hier unten auch. Ja, aber da oben sind solche Räume. Ja, da hinten nicht. Scheiße. Da ist aber kein Spawner. Da ist kein Spawner. Da ist kein Spawner. Mein Gott. Weni. Ich hab keine mehr. Ich hab gerade schon gegessen. Oh, da ist doch ein Spawner. Ja, dann nimm meinen. Da ist ein Spawner, hau ab. Geh da weg. Hab ihn. Oh mein Gott. Ja, aber hier gehts nicht weiter, oder? Warte, hier gehts weiter. Warte, hier gehts weiter. Warte, nimm mal. Warte, nimm mal. Warte, warte, ich bin hier oben. Ah, doch. Ja, wir sollten aber hier, wenn wir jetzt noch einen Spawner finden, die nicht abbauen. Doch, wir brauchen die Dinger nicht mehr. Wenn irgendwer stirbt. Ich hab zwei auf jeden Fall. Wie sehen Netherwarzen aus? Was sind solche roten Dinger? Wen läuft eine andere Richtung? Ja, ich checke nur. Aber hier ist Ende, glaub ich. Moment, ich bau doch mal eben weiter und schaubs dahin geht. Jo, hier gehts noch weiter. Mal schauen, wie weit. Hier ist Ende. Und da vorne, hier sind meine bösen Figmentfreunde, hier hinten. Da hinten ist Ende, okay. Dann geh ich zu Beni. Gut. Wieder zurück. Ne, hier gehts auch nicht weiter. Na toll. Na toll. Alter, wo soll ich denn da? Boah. Es muss noch irgendwo weitergehen auf jeden Fall. Ich höre nur so einen Scheiß. Äh, Viechdingsens. So eine kleine Festung. Nein, nein. Das ist noch nicht das Ende. Hier gehts irgendwo noch weiter. Ganz sicher. Hier waren wir zum Beispiel noch gar nicht, wenn er wieder zum Anfang kommt. Ja, stimmt. Ja. Hier. Gibt's eigentlich auch Kisten oder so? Ne. Da war aber. Ja, das ist ein Schleim. Hier rechts ist so eine richtige Festung. Oh, da hinten ist mega fetter Schleim. Nicht zu dem hingehen. Der macht sehr viel Auer. Böse Auer. Für die Tüten. Da, bei den Treppen kann das immer sein. Da hab ich nichts gesehen jetzt. Da brauch ich einen leider nicht. Da auch nicht. Das sind nur normale Treppen. Wir brauchen so andere Treppen. Hör auf zu schießen, Blue. Es war sie nix mehr. Hier ist Soul Sand. Ich nehm mal Soul Sand mit, ne? Ja, brauchen wir auch. Ah, ich hab auch welche, Marcel. Okay, du bist ja auch hier. Da vorne geht die Festung auf jeden Fall noch weiter. Wenn du hier rechts guckst. Ja, ich hab gar nicht gesehen. Da ist noch einer, pass auf. Ich denke, das passt schon. So, das reicht, denke ich. War ein Level, lol. Wollen wir da mal nach vorne gehen und uns so unten reingrabben? Haben wir nicht erwarten, ne? Noch nicht. Aber warte, hier geht's runter. Hier können wir runter. Oh, hier sind auch noch ganz viele Gänge. Wo ich jetzt bin. Mega viele Gänge. Aufpassen. Und aufpassen wegen diesen schwarzen Skeletten, ne? Ja. Okay, hier geht's raus. Magma Cream. Yay. Ah, da vorne ist so ein dicker Schleim. Warte, ich töte neben. Boah, ich hab die ganze Zeit solche Lecks drin. Boah. Gut. Perfekt. Hier ein Ninderwatson. Hab welche. Nice. Dann, würd ich sagen, wir haben's, ne? No. Echt gerade, ey. Oh, das sind noch mehr direkt. Und mehr auch die ganze Zeit. Sehr schön. Seid zwei drauf ins Zimmer? Ja. Was machst du? Das ist Nude. Sehr gut. Wo seid ihr überhaupt, ey? Wir warten, wir warten. Wir sind in einem anderen Abteil der Festung. Warte da unten. Los, warte da. Ja, hier ist der Ausgang. Ey, wir warten. Also wir haben 12 Rods. Das heißt, wir haben 24 Blaze Powder. Also nein, wir haben 22 Blaze Powder. Weil eine brauchen wir für den Brewing Stand. Das heißt, wir haben auf jeden Fall 22 ein Login Minimum. Das ist sehr gut. Nice. Reicht. Da, wo hast du Erde dabei? Äh, ja. Nein. Wolltest du mir Erde geben? Bitte. Erst kommen wir da raus. Oh, keine Erde. Einfach... Wollt ihr es ja links gesetzt? Ne, ich hab keine Erde. Ah, ja stimmt. Ich seh auch eure Namen mit Optifine gar nicht. Ich seh die, weil ich den Shader drin hab. Ach, da. Da seid auch Leute. Hier. Gut, jetzt heißt es wieder zurück. Und wir müssen jetzt erstmal nicht mehr in die Nether rein, oder? Es sei denn, wir haben irgendwie zu wenig Blaze Road zu bringen. Wo ging es raus? Hier hinten? Da vorne? Ah, ja stimmt. Jetzt ein Enderman dran. Oh mein Gott, das wird noch schlimmer. Ja, da ist ein Gast. Auch, wir haben genug Herzen. Da können sie richtig loslegen fast schon. Es gibt eine Taktik, wie wir gegen die Endermänner gut vorgehen können. Und auch vor allem dieser, der Flame Bogen, der ist extrem nützlich dafür. Weil, du kannst Endermänner mit Fall und Bogen nicht abschießen, weil die sich ja wegporten. Aber wenn du einen Feuerbogen hast, dann triffst du die trotzdem. Okay. In der Nacht müssen wir draußen jagen gehen, ne? Nicht unbedingt, wir müssen eine Wüste finden. Ja, aber nachts ist es natürlich noch besser. Was heißt Wüste, einfach Endermänner oder wie? Naja, die Wüste ist die größte freie Fläche. Da spawnen die anderen Männer am ehesten. Das ist bei uns nicht irgendwo in der Nähe sogar eine Wüste. Ich weiß. Ich mein schon. Dann gehst du nicht runter. Die angepissten. Die angepissten. Die angepisst. Aber warte, ich geb dir gleich deine Hose, Blues. Tausch mir wieder. Okay. Vor den Endermann. Vor den Endermann. Vor den Pigments hier. war das noch so ein slime, ich töte den darf ich den schweinemenschen einen abschiedsgruß geben ab nach hause freiheit david schafft das hätte der pigment angegriffen, dann wäre david das erste gestorben, weil er da nicht drüber gekommen ist warte, ich habe doch noch einen extra angebaut hier da unten david nein ihr seid alle safe mein gott ich mache das tor, er kommt nicht mehr zurück boah ich habe schon wieder den bungee, die fucking nicht funktionieren Weg 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 So jetzt kann ich die Geräusche auch wieder leise machen. Es regnet. Ich würde sagen, wir können unsere Zuckerrohr fahren durch die...